Hallo meine Lieben, Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute fahre ich erstmal nach Tagwilaran. Tagwilaran ist eine kleine Stadt hier in Bohol. Ich wollte dort erstmal was kaufen, was wichtig ist und dann fahre ich wieder zurück nach Ganglau. Und dann zeige ich euch so verschiedene Bus Resorts hier in Ganglau. Und ich freue mich. Bis dann. Tschüss. Ich bin hier in Mojen Resort. Mojen. Okay. 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 Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.